Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo liebe Hörende und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Tele-Stammtisch. Ich bin der Lasse, euer Hauptmoderator hier und führe euch heute als Fragensteller gemeinsam mit Britt-Marie durch eine weitere Serienbesprechung. Und zwar hat sie für uns im Vorfeld die Serie Becoming Carl Lagerfeld gesehen, welche am 7. Juni auf Disney Plus erscheint. In der Hauptrolle sehen wir Daniel Brühl. Dann sag doch mal Britt-Marie, was hat dich dazu bewegt, diese Serie überhaupt anzuschauen? Ich bin ein bisschen neugierig, was so Designer und sowas angeht und Fashion und die Looks, die sie auf das Parkett zaubern. Und Carl Lagerfeld war ja da auch eine sehr interessante Persönlichkeit und deswegen war ich neugierig auf die Serie. Und sie war ja auch schon ganz, ganz lange angekündigt und Daniel Brühl ist dabei. Da dachte ich mir, das muss ich jetzt unbedingt mal schauen. Und das habe ich getan. Nice. Ich muss ja zugeben, ich habe Carl Lagerfeld ganz oft verwechselt mit Indie Warhol. Okay. Es sind irgendwie so zwei so ähnliche Typen gewesen, gerade im Alter. Ich schätze mal, lag eine Sonnenbrille. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil kurzes Haar und langes Haar, aber ja, okay. Ja, das ist absolut recht. Aber ich muss auch zugeben, dass ich absolut nicht in dieser Modeszene drin bin und da entsprechend dann gerne mal diese dummen Fehler mache. Das ist ja schon mal das dann. Ja, Carl Lagerfeld weilt ja nun nicht mehr unter uns und es ergibt durchaus Sinn, über so eine Persönlichkeit in irgendeiner Form eine Serie oder einen Film zu machen. Aber das kann man ja auf verschiedene Art angehen. Also dann erzähl uns doch mal, wovon genau handelt die Serie denn eigentlich? Ja, also die Serie handelt von Carl Lagerfelds Biografie, ja. Aber, das war die erste Überraschung für mich, gar nicht von seiner riesengroßen Hochzeit, also wo er die supergroßen Erfolge hatte bei Chanel und später dann auch eben mit seiner eigenen Marke, sondern tatsächlich erzählt es im Grunde eigentlich nur zehn Jahre von der Zeit davor, wo sich Carl Lagerfeld in Paris versucht hat, als Haute-Couture-Designer zu etablieren, nämlich von 72 bis 82 im Grunde. Und erst danach begann der Riesenerfolg mit Chanel. Diese ganze Geschichte ab Chanel aufwärts, die wird gar nicht gezeigt. Ich dachte so, was? Ihr lasst die größten Erfolge aus. Wenn ich an Lagerfeld denke, denke ich sofort an Chanel und dann vielleicht irgendwie noch an seine, als nächstes an seine eigene Marke und dann irgendwann nochmal vielleicht noch an Chloé. Das war die Marke, mit der er am Anfang zusammen sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat und genau in dieser Schaffensphase, wo er mit Chloé gearbeitet hat, da befinden wir uns und das wird uns gezeigt. Das erinnert so ein bisschen an die Vorgehensweise, die so gewisse Superhelden-Filme machen, wo sie die ganze Zeit irgendwie so sagen, das ist die Geschichte von dem Superhelden, bevor er der Superheld wurde, den wir kennen. Und alle sagen, ja, wir wollen gerne den Superhelden, den wir kennen, weil wir wissen, wer er ist und was er kann und deshalb finden wir ihn toll. Da wollte ich die Sache davor. So ein bisschen hört sich das an. Aber das kann ja eben auch, ich meine, diese Art von Aufstiegsgeschichte kann ja eben dann auch super interessant sein und der Hauptfigur so einige Hürden in den Weg legen. Hast du die komplette Serie sehen können? Ja, also es waren sechs Episoden insgesamt für die erste Staffel, immer so 45 bis 60 Minuten. Ich habe tatsächlich alles gesehen. auf Französisch mit deutschen Untertiteln. Deutsche Synchro habe ich leider nicht gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob die eine deutsche Synchro, also ich denke, die wird eine kriegen. Ja, das war schon irgendwie ein bisschen weird, Daniel Brühl Französisch reden zu hören. Aber der kann das ja fließend. Also das wusste ich ja auch schon vorher. Aber es war schon irgendwie so, okay, wow, Hut ab. Ja, das stimmt. Das macht er nicht zum ersten Mal. Das hat er auch schon in Glorious Bustards gemacht. Ja, ja. Das spricht er sehr viel Französisch. Ja. Allerdings. Ja, das ist nämlich auch die Frage, die ich dir sowieso stellen wollte, weil ich habe mir die Trailer angeschaut und da ist größtenteils Untertitel des Französischen ab und zu auch mal Englisch. Und da wollte ich halt fragen, geht das dann die ganze Serie so, dass sie im Prinzip eigentlich die ganze Zeit Französisch reden? Also Original, Tonspur ja. Wie gesagt, das ist noch ein Moment hin bis zum Start. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die keine deutsche Tonspur haben. Vor allen Dingen, weil die Serie haben wir jetzt ja vorgestellt mit Becoming Karl Lagerfeld. Der deutsche Titel soll sein Kaiser Karl. Das ist ja auch so eine der Spitznamen von Karl Lagerfeld gewesen. Kaiser Karl, der Mode Zar. Die Serie basiert tatsächlich wohl auf einer Biografie mit dem Titel Kaiser Karl des französischen Journalistens Raphael Barquet, die ich natürlich nicht gelesen habe. Aber da war der Titel Kaiser Karl und deswegen vermute ich mal, dass es am Ende dann bei Disney Plus wahrscheinlich auch diesen Titel irgendwo noch haben wird. Ja, aber französisch, klar. Aber das ist sowieso bei allen Serien, die um die Modewelt gehen, gerade auch Paris' Fashion-Zentrum, das ist ja aktuell irgendwie in solche Serien zu haben. Ob man jetzt über Dior berichtet oder über Balmain oder jetzt hier über Karl Lagerfeld, das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Trend. Und die sind natürlich dann alle immer auf französisch. Und in diesem Fall natürlich auch. Das ist so ein bisschen, ja, das gehört mit zum, ich weiß nicht, irgendwie so auch zum Selbstverständnis. Also Paris, Frankreich als das Fashion-Zentrum. Natürlich auch französisch. Selbstverständlich. Das ist ja auch so ein bisschen lustigerweise natürlich das, was uns gezeigt wird hier mit Karl Lagerfeld auch. Das ist natürlich deutscher, was sowieso schon sehr schwierig ist, weil wir uns zwar in den 70ern befinden, aber trotzdem denkt man natürlich, das zweite Werk kriegt nicht so lange her. Und da hat auch ein Karl Lagerfeld mit Problemen zu kämpfen in Frankreich, sich da zu etablieren. Gerade auch in der Fashion-Industrie, wo man also auf Nicht-Franzosen sowieso herabblickt. Das ist also so ein bisschen das, was uns die Serie zeigt. Also ich finde, man kann dieses Jahrzehnt, das uns hier gezeigt wird, so ein bisschen in drei Handlungsstränge unterteilen, die uns erzählt werden. Wir haben zum einen Karl Lagerfeld und seine kreativen Kämpfe, die er mit sich selber führt als Designer. Das sind so die Dinge, mit denen ich eigentlich gerechnet habe. Also dieses leidende Künstler und so, also das wollte ich gerne sehen. Dann haben wir aber auch, und das sind eigentlich zwei Handlungsstränge, die sehr, sehr prominent sind. Zum einen Karl und die Pariser Fashion-Welt und die ganze Hierarchie innerhalb der Pariser Fashion-Welt. Also sein Versuch, sich zu etablieren als Haute-Couture-Designer. Er hat sehr viele Jahre als Prêt-à-Porté-Designer gearbeitet, also Ready-to-Wear. Also ich kenne Karl Lagerfeld als Outcouture-Designer. Das heißt, er hat Einzelkreationen gemacht auf höchstem Niveau, wirklich zugeschnitten auf entsprechendes Klientel. Und Ready-to-Wear bedeutet ja, dass du im Grunde eine Marke nimmst und versuchst, unter dem Namen dieser Marke eine Kollektion zu machen, die aber im Grunde für jeden da draußen zugänglich ist. Das heißt, du arbeitest für den Massenmarkt. Und das ist ja nicht, was ein Haute-Couture-Designer macht. Ein Haute-Couture-Designer, der macht individuelle Masterpieces für die großen individuellen Kunden. Und da wollte gerne Karl Lagerfeld hin. Und das hat er viele Jahre nicht geschafft. Sondern viele Jahre war er sozusagen das Trick-17-Pony, das man gerufen hat, wenn man Entwürfe brauchte für seine Kollektion. Also der hat für Fendi gearbeitet, der hat für Chloé gearbeitet. Der hat also für die ganzen, ich sag mal, großen, aber vor allen Dingen auch die ganzen mittelständischen Marken gearbeitet. So ein bisschen wie ein Ghostwriter. Also der dann für die anderen Marken eben die Entwürfe gemacht hat. Aber eben nie unter seinem Namen, sondern das war immer die andere Marke. Und deswegen haben die ganzen Haute-Couture-Designer halt auf ihn herabgesehen und haben ihn sowieso nicht ernst genommen. Und das war so ein bisschen so ein Kampf, den er da geführt hat in der Pariser Fashion-Welt. Zweite war, dass er auch eine individuelle Rivalität gehabt hatte mit Yves Saint Laurent, der wiederum einer der größten Haute-Couture-Designer in Frankreich zu dieser Zeit war. Und Karl Lagerfeld und Yves Saint Laurent, die haben beide zusammen angefangen und waren von Anfang an sehr, sehr gute Freunde, haben zusammen studiert. Und dann hat diese Fashion-Welt, kann man mehr oder minder sagen, dann einen Keil zwischen sie getrieben und ihrer Freundschaft. Und sie hatten so eine ganz ungesunde On-Off-Beziehung immer wieder. Also alles auf freundschaftlicher Basis. Aber Yves Saint Laurent war halt echt, also der war das Paradebeispiel eines gequälten Genies. Und der ist auch sehr abgedreht gewesen. Ich glaube, der war psychisch auch tatsächlich, glaube ich, der hatte, glaube ich, auch eine Diagnose. Also das würde mich nicht wundern. Und eben diese Konkurrenz. Das heißt, du hast also Karl Lagerfeld und die Pariser Fashion-Welt. Du hast Karl Lagerfeld und Yves Saint Laurent und du hast Karl Lagerfeld selbst und seine private Entwicklung. Und in dieser privaten Entwicklung, und das ist eben noch eine weitere Schiene, die behandelt wird, hast du die Beziehung mit seinem langjährigen Partner Jacques. Jacques de... Ah, okay. Warte, jetzt muss ich kurz mal gucken. Der hatte so einen schönen Namen. Jacques de Bache. Richtig, genau. Also den hatte ich tatsächlich auch nicht mehr so präsent. Der ist halt, am Ende der 80er ist der an Aids verstorben. Und die waren aber vorher viele, viele Jahrzehnte, also über 20 Jahre waren die zusammen. Als ich dann aufmerksam wurde auf Karl Lagerfeld, da war er sozusagen Dauersingle. Also das habe ich gar nicht so präsent vor Augen gehabt, dass der so eine lange Partnerschaft auch hatte. Und diese Partnerschaft, die wird auch sehr ausführlich eben hier in der Serie beleuchtet. Und wenn man so schaut, was denn Jacques für einen Beruf hatte und was der so gemacht hat und so, steht überall immer nur als Berufsbezeichnung Dandy. Also das war wirklich so der ganz klassische, ja, also das war echt so Sugarboy. Der hat sich halt aushalten lassen von Karl Lagerfeld und hat irgendwie gar nichts gemacht. Und sah schön aus und hat ihn zu Veranstaltungen, also so Trophy-Wife-mäßig. Und war aber sehr, sehr schwierig. Daran ist er am Ende auch so ein bisschen kaputt gegangen. Und auch natürlich an der Tatsache, dass Lagerfeld super narzisstisch war. Ich glaube, das musst du halt auch in diesem Beruf sein. Der hat gearbeitet, Arbeit hat immer Priorität gehabt. Und zwar war ihm Jacques auch wichtig. Und also der konnte ihn nicht loslassen, der konnte ihn nicht gehen lassen. Aber er konnte auch nicht ohne ihn. Es war echt so, es hatte teilweise echt schon toxische Züge. Und ich dachte so, okay, wow. Und die konnten also nicht mit, aber die konnten auch nicht ohne einander. Und das wird so ein bisschen geschildert. Und ja, naja. Ich sah das dann und hatte mir tatsächlich erwartet, dass ich jetzt die Triumphgeschichte Karl Lagerfeld erzählt bekomme. Oder zumindest, wenn eine frühe Phase wie jetzt hier in dieser Biografie, dann doch zumindest mit mehr Augenmerk auf den kreativen Schaffensprozess und vielleicht auch tatsächlich die eine oder andere Kreation, dass die in den Mittelpunkt gestellt wird und so. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt zwischendrin, dass so Kreationen, also seine großen Meisterwerke und so, dass die irgendwie nur so nebenbei mal präsentiert werden, aber in Wirklichkeit dreht und fällt alles mit dieser Beziehung zu Jacques. Ja, also es ist ja viel mehr ein Charakterstück als ... Ja, ich weiß nicht. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Also die Erwartungshaltung war eine ganz andere. Die Serie an sich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, war gut. Also ich meine, Daniel Brüll hat großartig gespielt. Richtig gut. Aber die ganze Serie ruht auch auf seinen Schultern. Das muss man ja auch sagen. Ich meine, gut, du hast zwar natürlich auch französische Schauspieler dabei, da kenne ich viele auch nicht. Also da mögen auch andere Schauspieler dabei gewesen sein, die wirklich groß sind. Jacques zum Beispiel wurde gespielt von Theodor Pellewin, den man wohl in Frankreich auch kennt. Aber die ganze Serie an sich ruht eigentlich auf seinen Schultern. Und ohne ihn wäre das nichts gewesen. Und das macht er schon gut. Ich könnte mir gut vorstellen vielleicht, dass das ganze Mode-Creator-Ding vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt wurde, um es zugänglicher zu machen für Leute, die dann nicht wirklich Bezug zu haben eventuell. Das hatte ich mir auch überlegt. Aber, und dann muss ich hier einmal kritisieren, dann hätte man das anders gewichten müssen. Also dann hätte man vielleicht sagen müssen, 40, 60 oder von mir aus 30, 70. Aber ich hatte ja echt das Gefühl, ich kriege 90 Prozent Liebesgeschichte zwischen Jacques und Karl Lagerfeld erzählt. Und irgendwo in den restlichen 10 Prozent krebst da noch ein bisschen Fashion-Industrie und kreatives Schaffen mit rum. Das war so ein bisschen so, öh. Klar, du hast Aspekte dann gezeigt bekommen von Karl Lagerfeld. Was die Serie sehr gut gemacht hat, ist seine Persönlichkeit herausgearbeitet. Diese sehr, sehr schwierige Persönlichkeit. Genie, ja, aber Zusammenleben mit so einer Person würde ich auch nicht wollen. Also dieses immer um sich selber drehen, selbst sein eigener Mittelpunkt sein, ja, sehr, sehr schwierig. Und interessant dann aber auch so kleinere Aspekte wie zum Beispiel, das wurde jetzt in der Serie zwar nicht explizit genannt, das weiß man, aber es wird nur kurz erwähnt, dass er aus gutem Hause kommt. Und Karl Lagerfeld kommt ja aus der, oh, jetzt muss ich gucken, war es die Glücksklee-Familie? Glücksklee-Familie, ich glaube. Also auf jeden Fall kommt er aus einer sehr reichen Industrie, genau, er kommt aus einer sehr reichen Industrie-Familie aus Norddeutschland. Er erzählt in der Serie nur ganz kurz, dass er auf einem Gut aufgewachsen ist. Also mit einem goldenen Löffel im Mund tatsächlich. Und ist dann aber mit 15 nach Paris, weil er eben Fashion studieren wollte und irgendwie die große Welt erleben. Und das ist natürlich auch eine Biografie, wo man sagt, wow, okay, mit 15. Aber es war tatsächlich nie so, dass er irgendwie jetzt Hunger leiden musste, weißt du? Also so dieser gequälte, arme, arme Kreativling, das war er nie. Es ist nicht in dem Sinne die klassische Underdog-Geschichte. Genau, genau. Und aber was ich ganz interessant fand noch, war der Aspekt, die Beziehung zu seiner Mutter. Denn seine Mutter, und das wusste ich auch nicht, das wurde mir in dieser Serie dann erst so klar, hat tatsächlich viele Jahre dann mit ihm gelebt in Paris. Das heißt, er hat mit seiner Mutter zusammengelebt, was ich mir generell sehr schwierig verstelle, wenn du zum Beispiel deinen Freund nach Hause bringst, wird schon fast 40. Ja, ich glaube, er ist hier 38, glaube ich, ist er um die Zeit rum, so um die 38. Und dann lebt er halt noch mit seiner Mutter. Also es ist schon auch so ein bisschen weird. Und das war auch eine sehr komplizierte Beziehung. Das war auch so ein bisschen so, geht nicht mit und geht nicht ohneinander. Es war schon eine sehr taffe Frau, aber es ist halt auch eine andere Generation. Ja, und mit dem Ende der Serie verstirbt dann auch die Mutter. Und da geht dann echt so ein bisschen so eine Ära zu Ende. Man merkt dann am Ende der Serie, wenn die 80er starten, da startet ja dann im Grunde auch eigentlich die große Karriere von Karl Lagerfeld mit der Tatsache, dass er eben kreativer Direktor von Chanel wird. Und das ist die letzte Szene, die wir sehen sozusagen, dass er einen Fax bekommt. Das war auch, ich musste sehr lachen, ein Fax. Das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt. Wo dann tatsächlich von Chanel, wo dann eben dieses Angebot drinsteht mit, möchte ein Meeting vereinbaren zum Besprechen von Tatsache, das kreativer Direktor und so. Und wenn man halt weiß, was dann alles noch folgt, weil eigentlich folgt ja erst dann die große Karriere, die man mit ihm verbindet, dann weiß man, dass man da vielleicht noch fünf weitere Serien hätte drehen können. Aber wie gesagt, um den Charakter von Lagerfeld ein bisschen besser zu verstehen, dafür ist diese Serie schon sehr, sehr gut gemacht. Also eine Charakterstudie definitiv. Würde ich die Serie empfehlen, wenn ich sage, du möchtest mehr über Karl Lagerfeld, den Designer wissen? Nein, das ist tatsächlich echt nur ganz kleiner Teil der Serie. Aber es heißt ja auch Becoming, Karl Lagerfeld. Also es geht ja darum, dass er der wird, den wir heute kennen. Und das ist natürlich auch sehr spannend, weil denkt man an Karl Lagerfeld, denkt man an einen Haute-Couture-Designer, super erfolgreich und so weiter, Single. Und hier in der Serie kriegen wir lauter Gegenteile vorgestellt. In einer Langzeitbeziehung, ja, zwar erfolgreich, aber definitiv nur so als mittelmäßiger Designer und noch nicht mal unter seinem eigenen Namen und Haute-Couture sowieso nicht. Also man kriegt eigentlich alle Gegenteile gezeigt. Also es ist ja quasi dann eine Prequel-Serie zu Karl Lagerfeld. Ja. Als die große Ikone, kann man sagen. Gibt's irgendwo, weil, und ich meine, wenn man ja die Trailer und so sieht, er hat ja nicht seinen ikonischen Look in der Serie, so wie man ihn dann halt später kannte, wenn er, als er älter war, mit den langen Haaren und der Sonnenbrille und so weiter. Ja, und dem Zopf und so. Irgendwo in, ja, es gibt ja, es gibt ja, ähm, in jedem Prequel gibt's ja immer so ein, so ein ironisches Foreshadowing. Gibt's hier irgendwo eine Szene, wo sie dann sagen, weißt du was, ein guter Look für dich wäre, so eine Sonnenbrille oder sowas. Machen die da sowas? Also das nein, aber tatsächlich ist es so, dass in den, ich sag mal, letzten zweieinhalb Folgen oder so, am Ende der 70er, wo wir also dann schon stark den 80ern nähren, und zwar nachdem er den kommerziellen Erfolg mit Chloé hatte, er hat ja dann dieses Parfum auf den Markt gebracht. Das war tatsächlich auch eins, das ich kannte, das hat meine Mutter auch im Schrank. Und das war so das kleine bisschen Luxus, das man sich gönnen konnte und das fand ich so lustig, weil das war genau das, was dann Karl Lagerfeld in der Serie auch gesagt hat. Der hat gesagt, im Moment sind alle in der Krise, keiner hat Geld und die normalen Leute da draußen sowieso nicht, aber ein Parfum, das ist die Art von Luxus, die kann sich jeder leisten. Auch der kleine Mann auf der Straße kann sich ein Parfum leisten. Und so war das. Also meine Mutter hatte ein Karl Lagerfeld-Parfum im Schrank. Und nachdem er mit Chloé diesen Erfolg hatte, mit dem Duft, hat er einen Riesendurchbruch in den USA geschafft und da hat er Kohle gehabt. Der war reich wie ein russischer Millionär. Also der war reich ohne Ende und hatte da den kommerziellen Erfolg. Und danach hat er angefangen, so diesen Look zu etablieren, für den wir ihn heute kennen. Also dass er immer schon Wert gelegt hat, er hat ja sehr, sehr Wert gelegt auf so schmale Silhouette. Er hat sich selber ja auch eingeschnürt in so Korsetts und sowas. Das war schon immer so. Also das haben wir auch in der ganzen Serie durchgesehen. Und das sagt er auch selber. Er sagt selber, Kleidung ist mein Schutz, meine Rüstung. Ich verstecke mich hinter der Kleidung, damit ich der Außenwelt ein Image präsentiere, von dem ich möchte, wie die Außenwelt es sieht. Und das erzählt er im Zusammenhang mit der Tatsache, dass er Marlene Dietrich einkleiden sollte. Er wurde engagiert, um ihr ein Kostüm auf den Leib zu schneidern. Und Marlene Dietrich hatte halt gesagt, ja, aber ich bin mittlerweile alt. Also das war zu einem Zeitpunkt, wo sie schon komplett zurückgezogen aus der Öffentlichkeit gelebt hat und eigentlich keine großen Auftritte mehr gemacht hat, weil sie gesagt hat, ich bin alt, ich möchte quasi mein eigenes Image, meine Ikone nicht zerstören. Und wenn ich da jetzt rausgehe und die Leute sehen eine alte Frau in hässlichen Klamotten, dann zerstöre ich quasi alles, wofür ich mein Leben lang gearbeitet habe. Und dann sagt er, ja, sie können sich auf mich verlassen, ich lasse sie nicht hängen. Gucken sie mich doch an, Kleidung ist meine Rüstung. Ich bin nicht 35, auch wenn ich behaupte, ich sei 35. Und ich habe auch nicht diese Statur. Auch wenn das jetzt aussieht, dass ich diese Statur habe. Man hat vorher gesehen, so eine Ankleideszene, wo er halt sich in so ein Korsett geschnürt hat, richtig so, richtig doll reingeschnürt, damit er diese ganz schmale Silhouette hat mit dieser ganz schmalen Hüfte. Und dann war er immer sehr, sehr gepflegt, oft dreiteilige Anzüge. Also klar die 70er-Jahre-Ästhetik in knalligem Rot oder knalligem Rosa oder so. Aber wirklich dann mit Weste, Hemd, Krawatte, Krawattennadel, Einstecktuch. Also wirklich von oben bis unten ein geschniegeltes Idealbild. Und das hat er immer präsentiert. Und das war ja dann auch der Look, den wir dann später gesehen haben. Gerade auch in den 80ern, dieses komplett geschniegelte. Später hat er dann etabliert, das hat er hier noch nicht gehabt. Später hat er ja dann diesen hohen Kragen etabliert, den er immer zu diesen Anzügen getragen hat. Also die Anzüge hat er immer noch gehabt. Aber mit diesen ganz, ganz engen, hohen Kragen. Und was er auch hatte, viele, viele Jahrzehnte, das hat er dann, ich glaube Mitte der 2000er hat er auch damit aufgehört, waren diese Fächer. Die hat man dann auch schon gesehen. Oh ja. Die hat man auch schon gesehen, dass er die überall mit hingeschleppt hat. Also da waren schon so erste Anklänge von dem Karl Lagerfeld, die wir kennen. Und ganz am Ende der Serie hat er ja dann auch schon lange Haare und einen Zopf. Also man hat langsam ihn dann erkannt, wobei es ja eine Phase gab in Lagerfelds Leben. Ich weiß nicht, ob sich da die Leute noch so dran erinnern. Der hatte ja auch eine Phase, wo er an Gewicht ganz schön zugelegt hatte und auch schon echt kräftig war. Und dann hat er ja zwischendurch mal so ganz krass abgenommen. Hat auch erzählt, wie es passiert ist. Aber wir sind davon überzeugt, dass es alles so sehr im Pickstyle gewesen ist. Weißt du? Also so mit medizinischer Unterstützung. Ja. Und hat ja dann sehr viele, den Rest seines Lebens hat er ja diese ganz krasse, dünne Silhouette gehabt. Das ist so ein bisschen was, was aber nur kurz angeschnitten wird. Ich denke, weil das erst später in seiner Biografie eine große Rolle gespielt hat, dass er auch ein gestörtes Verhältnis zu Essen gehabt hat. Und das so schon fast Richtung Essstörung gegangen ist. Dass er dann also Essen benutzt hat als Ablenkung oder Gratifikation in irgendeiner Form. Also es hatte schon teilweise echt kranke Züge. Das ist in Anklängen gezeigt worden so ein bisschen. Und genau so eine komplizierte Beziehung, wie er irgendwie zu Essen hatte, also alles, was so ein bisschen Richtung Genuss auch geht, war auch die Beziehung zu Sex und Sexualität. Das war auch immer ein Riesenthema in Bezug auf Jacques. Die haben eine offene Beziehung geführt. Also Jacques durfte auch oder hat rechts und links irgendwie, glaube ich, mit allen geschlafen, nur nicht mit Lagerfeld selber. Es wird nie richtig erklärt in der Serie. Meine Vermutung ist, so wie es dargestellt wurde, dass er entweder asexuell ist oder in irgendeiner Form, also auf jeden Fall er wollte keinen Sex. Also das war nicht präsent in seinem Leben. Und das war echt ein Problem auch mit dem Partner. Und es wurde immer schon gescherzt, Lagerfeld hat keine Partner. Lagerfeld, also der ist quasi, der ist Eis. Ja, so. Der ist Eis und Teflon. Von dem perlt alles ab. Und das war auch noch so ein sehr, sehr spannender Aspekt. Also das war jetzt eine sehr lange Antwort, um zu sagen, ja, am Ende der Serie sieht man ein bisschen Anklänge seines ikonischen Looks. Aber so dieser richtige Klassiker mit hohem Kragen und so und Zopf und Fächer und so haben wir das dann später sich etabliert in den 90ern. Das haben wir so komplett nicht gesehen. Du kommst ja auch entsprechend von der Perspektive, wo du ja allgemein Interesse und schon Vorwissen hast tatsächlich. Ja, wobei ich muss dir dazu sagen, Karl Lagerfeld fand ich immer unsympathisch. Karl Lagerfeld ist ein Genie. Der hat ganz großartige Kreationen. Also das kann man ihm, das kann man auch nicht verneinen als Designer. Aber menschlich ist Karl Lagerfeld echt ein Arsch. Oh ja. Also der hat zwar auch immer wieder Zitate gehabt, wo ich doch mal lachen muss und den Kopf schütteln. Aber menschlich finde ich den super unsympathisch. Und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist super gut in dieser Serie gelungen, weil der ist zwar die Hauptfigur, aber durch die Serie hinweg ist der immer so grenzwertig unsympathisch. Und das ist ein Balancegang, das musst du auch erst mal hinbekommen, dass eine Hauptfigur, die eine Serie trägt und in die du dann doch irgendwie investiert bist und die Geschichte wissen willst und irgendwie schon spannend findest, doch nie so richtig komplett sympathisch ist. Es ist immer irgendwas, wo du denkst, wow, wenn der sich so mir gegenüber verhalten würde, da würde ich aber mit dem nicht mehr reden. Und solche Episoden hast du immer wieder drin. Also das ist irgendwie, ja, und das halte ich tatsächlich klar, das ist natürlich gutes Drehbuch und so weiter, aber das halte ich in erster Linie auch Daniel Brüll zugute, der Karl Lagerfeld wirklich sehr, sehr gut spielt. Ich finde, er sieht optisch gar nicht so krass aus wie Karl Lagerfeld, wenn man sich alte Fotos anschaut. Was nicht unbedingt sein muss. Ja, also ich hab mal geguckt, wenn man sich alte Fotos anschaut, sie haben es schon ganz gut geschafft, ihn so zu stylen. Also, aber, aber ich finde, auf den ersten Blick hätte ich zum Beispiel Karl Lagerfeld, hätte ich zum Beispiel Daniel Brüll nicht als Karl Lagerfeld besetzt. Da gäbe es andere Schauspieler gegeben, wo ich gedacht hätte, Mensch, der sieht einem jungen Karl Lagerfeld vielleicht doch ähnlicher. Aber er schafft es dann halt eben mit seinem Schauspiel das so hinzubekommen, dass man das Gefühl hat, da steht halt echt ein junger Karl Lagerfeld. Und was er auch ganz, ganz toll gemacht hat, ist, unabhängig jetzt von Körpersprache und so weiter, der Sprachduktus und der Dialekt, das war so krass, wenn der Deutsch gesprochen hat. Weil Karl Lagerfeld hat ja so eine ganz spezielle Art gehabt, wenn er Deutsch gesprochen hat. Da war ja so ein bisschen auch norddeutscher Dialekt drin. Und so eine ganze, so eine bestimmte Sprachmelodie auch, wenn er gesprochen hat. Und das hat Daniel Prühl super hingekriegt. Der hat also, wenn der im Französischen ist, ist es mir gar nicht so aufgefallen, weil ich halt Karl Lagerfeld wenig Französisch habe sprechen hören. Das kann ich also nicht vergleichen. Aber wenn er Deutsch gesprochen hat, da hast du das sehr deutlich gehört. Und ich dachte so, okay, wow, ich will nicht wissen, wie viel der da echt an Arbeit reingelegt hat, damit der echt so sehr nach Karl Lagerfeld klingt. Also das war sehr bemerkenswert. Ist natürlich auch einfach, bei so einer Figur dann entsprechend auf Footage Zugriff zu bekommen und das dann exakt so zu studieren. Ja, aber das ist natürlich cool. und das Aussehen ist dann mal wirklich nicht das, die allerhöchste Priorität, finde ich. Ich finde, da kommt es am allermeisten immer so aufs Schauspiel und auf die Wirkung an. Ich finde das ehrlich gesagt immer sehr ableckend, wenn sie sich ganz wohl Mühe geben, dass der Schauspieler auf Gedeih und Verderb so aussehen muss, wie das Vorbild. Ich denke da an The Walk, wo Joseph Gordon-Levitt dieses seltsame Make-up hat, damit er ein bisschen mehr aussieht wie Philip Petit und das ist ein bisschen distracting. Und entsprechend, finde ich, ist da dann das Schauspiel ja sehr viel wichtiger. Also würdest du tatsächlich auch sagen, würdest du die Serie auch Leuten empfehlen, die da vielleicht gar keinen Bezug zu haben, aber dann stattdessen an so einer Art von Charakterdrama interessiert sind, halt weil es gab da wirklich alle möglichen Dinge, die so ein bisschen angeschlagen haben natürlich in der Richtung. Ich meine halt so wie Queen's Gambit durch die Decke gegangen ist, obwohl es halt so eine vergleichsweise nischige Thematik ist mit dem Schach und all dem, aber dann hat es halt einfach funktioniert, weil es toll gemacht war und auch so ein interessantes Charakterstück sowieso. Also würdest du sagen, diese Serie wird auch Anklang finden bei Leuten, die eher keinen Bezug haben zu Lagerfeld und der Modewelt und all dem? Ja, grundsätzlich würde ich die Serie schon allen empfehlen. Sie war auf jeden Fall unterhaltsam, aber sie beschreibt eben nicht die große Karriere von Lagerfeld zu dem Zeitpunkt, zu dem er eben die besten Erfolge in seinem Leben hatte, sondern es ist tatsächlich so eine Art Prequel und beschäftigt sich sehr, sehr intensiv mit dem Charakter an sich, aber tatsächlich weniger mit dem Designer Lagerfeld. Insgesamt empfehlenswert, aber mit der kleinen Einschränkung, dass man da eben schon vorher wissen muss, dass man eher das Leben und die Persönlichkeit gezeigt bekommt als den großen kreativen Designer. Das klingt ja auf jeden Fall nach einer Empfehlung für Leute, die entsprechend geneigt sind, da mal reinzuschauen. Für alle, die interessiert sind, können sich dann natürlich ab dem 7. Juni, Juno, auf Disney Plus selber ein Bild machen. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dich im Vorfeld der Serie angenommen hast und für deine wunderbare Einschätzung. Ja, sehr gerne. Nun, das war's dann also mit einer weiteren Besprechung für den Tele-Stammtisch. Diesmal für eine Serie etwas anderen Art. Ob sie euch gefällt oder nicht, müsst ihr dann selbst daraus finden, liebe Hörende. Aber bis dahin sehen wir uns das nächste Mal hier, wenn es beim Tele-Stammtisch heißt. Eine neue Serie oder ein neuer Film ist raus und wir reden darüber nur denn. Danke, dass du dich vorgewagt hast in die gefährliche Modewelt des Karl Lagerfeld und vielen Dank für deine Zeit. Bis denn. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.